Im sowjetischen Magica beschwören die Elemente dich. Aber das ist ein Schock-Norris-Witsch mit Sorb jetzt. Keine Ahnung, aber damit willkommen zurück zu Magica. Wir holen jetzt die letzte Spell. Und schaffen vielleicht dieses Areal ohne zu sterben. Aber nur vielleicht. Muss man den nicht bekämpfen? Sagen wir es mal so, da der andere bislang immer verpackt ist, als ich durchgelaufen bin, machen wir ihn jetzt tot. Weil ich nicht will, dass der NPC hinten verpackt und wir die Spell nicht holen können. Ansonsten kann man eigentlich durchlaufen. Keine Ahnung, wie weit das insgesamt geht, aber es tut immer sau weh. Ach lol, stimmt. Mir fällt gerade auf, das ist ja der, der den Elektro ganz anders... Ach Stein auch. Ja, was haltet den denn nicht? Hier kriegt er Kahn in die Fresse. Dampfstrahl. Oh mein Gott, der isst mich. Okay, hier Dampfstrahl. Dampfelektrostrahl. Warte mal, Dampfelektrostrahl, halte ich den da nicht, das macht aber irgendwie auch keine... Warte, nicht vor... Na, wir hätten die auch nicht triggern können, aber gut. Nicht triggern? Ja, wenn wir die von hier hinten aus beschießen, dann sterben die alle. Aber, naja, keiner hat uns angegriffen. Und keiner bewegt sich auch. Boah, was ist alles fit, ey? Achtung, ich muss hier mal kurz durch. Ähm, lauf schnell. Lauf schnell, lauf halt. Ach komm schon. Verein, du halt. Ich wollte den Tag mit mittlerer Maustaste teleportieren und es hat nicht funktioniert. Ja, weil du noch... Du hattest noch Spells in deinem Ding jetzt drin. Ja, du hast noch Spells... Ja, du, keine Ahnung, wahrscheinlich hast dich irgendwie selber geeist. Weil du hast ja gerade die ganze Zeit Eis gemacht. Kann ja mal passieren nebenbei. Egal, ich bin ja lebendig und zwar. Ja, so lange du lebst ist alles gut. Äh, ja, macht mal eine Bombe da rein. Die haben schon wieder nichts gebraucht. Äh, so sie haben... Ja, und... Ja, genau. War... Boah. Wieso passiert das mit Singleplayer eigentlich nicht? Warum sagst du, die haben nichts gebracht? Ich konnte eindeutig Schaden machen. Leute haben ihre Schilde verloren. Vielleicht nicht unbedingt alle, aber irgendwelche haben ihre Schilde verloren. Die Bomben haben sich in Luft aufgelöst. So wie schon öfters hier im Multiplay. Ja, aber es haben Leute... Es haben aber ihre Schilde verloren. Es haben mir gereicht. Du hättest dann wieder zurückgehen können. Na, dann... Ja, aber es ist so schade, so früh zu sterben. Beim Bossfight okay, aber doch nicht hier. Ja, das ist so ein bisschen... Ja. Hallo. Hallo. Ah, aber... Komm schon. Hey, Punkt, 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 aufhören. Da, jetzt hast du... Alter Wälzer. Danke. Vollführe ich nochmal, wenn ich den schnell finde. FQ... Nein. Ich muss erst Doppel-F machen. FFQS. Enderman! Lol, ich bin gerade eben im Auto gelaufen. Ernst? Was denn? Ich habe einen Enderman umgebracht dadurch. So, hier können wir jetzt durchlaufen. Ciao. Ciao. Aber hier können wir... Also, wir können bis zur Brücke laufen. Aber da können wir nicht mal weiter. Also, ich glaube, die Story in vier Stunden... Nein, warum? Warum schon wieder? Really? Okay, das ist seltsam. Ich habe keine Maus. Da kommen diese Balken oben und unten, wie bei einer Zwischensequenz. Und dann verschwindet meine Maus. Kann es sein, dass du die Instance skippst? Ja, tue ich. Aber das hat bislang noch nie Bugs hervorgerufen. Ja, die Balken in dieser einen Szene ist es halt wahrscheinlich so. Die Balken sind immer noch da. Sagen wir, wenn die Balken bei dir weggehen. Die sind weg, ich kann mich bewegen. Nein, die Sequenzbalken sind noch da. Ja, aber ich habe dich wiederbelebt. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht, wie ich es fixen soll. Ja, gar nicht. Schau mal, ich kann sogar Zauber abspeichern. Ich sehe, wie ein Schild um mich rumfliegt. Ja, ja gut. Halt dein Maul. Ich hoffe, er stirbt. Warte einfach mal, weil hier hinten kommt ja noch mal eine Sequenz. Wie bei dieser Brücke. Ich lasse jetzt aber durchlaufen. Die Balken sind weg. Ole, ich bin wieder Einsatzfeld. So, jetzt laufen wir jetzt nicht nach vorne, weil da war gerade eine sehr stachelige Angelegenheit. Oh, jetzt kommt ja noch eine Welfe. Ja, da gab es glaube ich insgesamt drei Welfs. Boah, auch immer du den Gegner hingeworfen hast. Oh, jetzt stört uns. Jetzt die Bomben auch so weit weg sprengen, das ist voll krass. Hallo, Flark. Tschüss, Flark. Ach, diesmal hat es funktioniert ohne, dass deine Balken verpackt sind. Ja, ziemlich gut. Oh, da kamen wir online. Aber das hört ihr nur, das könnt ihr nicht sehen. Sie ist Feuer, ist on fire. Oder auch nicht. Na lol, der macht alles kaputt, wenn er spawnt. Warte mal. Hä lol, wo hat der denn hingeschossen? Oh, ich hasse Bomben, den ich kriege. Oh, er macht den lila Schmarrn. Äh, also bei mir ist er disappeared. Wow, er hat genau auf mich geschossen. Okay. Oh, er hat mich verwandelt. Ich habe ihn endlich mal geslogen. Ey, hol mich zurück, bevor du jetzt drauf bist. Wir wollen das ja wenigstens schaffen. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Okay, ich habe mich zwar gerade geheilt, aber gut, wenn ich sterbe, bevor irgendwie Heilung kommt. Au. Wäre aber ein bisschen doof. Und los. So, da bleibt er stehen. Oh nein, nicht auf mich. Oh, lol. Siehst du, manchmal bringen die einen selber um. Ich verstehe es aber auch nicht, warum die das nur manchmal machen. Warum die manchmal so spawnen, dass man sich selbst damit trifft. Und wieder ein. Er macht den lila Zauber. Tschüss. Kleines Monster. Mehr Dampfstrahl. Leertasten Spamming. Bringt überhaupt nichts. Nimm uns mit. Und tschüss. Wo gehen denn meine Aspekte hin? Äh, Aspekte vor allem. Ich nehme den Weg außen rum. Weg außen rum. Das heißt, in der Richtung liegt der Ort, wo wir hin teleportiert werden. In Richtung links. Hast du nicht Thor gesehen? Die Zauberer hatten erneut unbeabsichtigt Gefahr über die Welt gebracht. Wie? Das war so witzig in Thor. Wie er halt zwischen den sieben Welten immer mit den... Ähm, da so... Ne, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie es sich nannte, weiß ich es auch nicht. Thor fliegt er durch diese Portale, zur anderen Welt. Der Hammer biegt direkt davor um. Du meinst es doch, hier wäre jetzt irgendwas Besonderes. Ja, los. Okay. Wir sind da gerade gestorben, oder? Äh, nein, du bist... Hast überlebt. Also, du bist glaube ich nur gefahren. Oh, sorry. Dann eben kein Schicksal. Ja, auf jeden Fall keins, solange ich nicht auch eins habe. So. Hier rechts. Hier waren wir nämlich nicht. Okay. Ja, genau. Alter Schwede. Ich muss kein Speed. Sag mal, ist es so schwer, nicht da runter zu laufen? Was machst du denn? Ja, du bist runtergelaufen. Ach so, du willst nicht sterben? Ja, natürlich. Warum machen wir es denn sonst? Und dann willst du echt da jetzt rechts reingehen, in den optionalen Bereich, in dem man schnell stirbt. Du bist ja wie. Stimmt man da schnell? Sofalls, wir können auch schnell wieder rauslaufen. Ich bin da schon dreimal verreckt in der... Ui, das ist echt heftig mit der Geschwindigkeit. Kommst du mit? Ist du verrückt? Wo ist denn der Baum? Sind das Bäume? Ja, das sind zwei Stück. Ach so, das sind Bäume. Also, die Gegner... Kannst du denn da ausweichen? Mich hat der Insta getroffen mit einem... Weil, gut, ich wollte ja auch einen Zauber-Channel. Uh. Nein! Ach, okay, dann machen wir einen Neustart. Können wir diesen Raum auslassen? Ja. Da ist bestimmt ein super toller Spell, Waffe, was weiß ich. Nein, da ist echt... Der wäre von mir aus eine Waffe, aber das ist nichts Wichtiges. Weil, okay, Waffe kann schon interessant sein, aber ich... Da müssten wir alle Waffen mit Tab angucken und das machen wir nicht. Das könnt ihr selber machen, wenn ihr euch das Spiel kauft. Oh mein Gott, ich dachte schon, ich brinke mich auf. Ah, nein. Gut, wo willst du anfangen? Rechts, links, geradeaus? Das ist eigentlich ziemlich main, oder? Oh Gott, ich fall irgendwann runter, wenn du die ganze Zeit so hin und her teleportierst. Ich bleib nur immer kurz stehen. Ich teleportier nicht. Ja, bei mir legst du quasi regelrecht. Ah, so, ist der da? Nein, nicht von dort. Nicht von dort? Ich bin von hier. Ah, okay. Siehst du mal, wie ich instant die richtige Stelle wusste? Jetzt hätte ich's geahnt. Hast du gesehen, wie ich hier hochgekommen bin? Hätte ich vielleicht auch machen sollen, jetzt schwebe ich. Siehst du da links die Waffe? Das ist die, die mich interessiert. Ah, wie soll man die denn nehmen? Nehmen wir halt, ähm, von der anderen Seite. Ach so, okay. Also, machen wir jetzt halt nicht. Die, 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 die. So. Also. Ich geh da mal für dich da rüber. Äh, waren versehen. Bringt mich schon nicht rum, oder? Oh mein Gott, pass auf! Ich muss mit! Ah, endlich, ich hab keinen Levitation. Hast du dein Schild schon? Ja, okay. Alter. Ach, warte, stimmt. Wenn wir das hier machen, dann ist ja hier drin. Ich bleib draußen. Ich hab ne geile Idee. Epic. Lässt uns das Spiel... Ja, das Spiel lässt uns gehen. Geil. Die Schwurken sind super. Warum ist der noch da? Hey, warum ist der... Das wundert mich jetzt auch. Nein, was tust du? Ich hab mich, äh, teleportiert. Aber die Tür ist trotzdem offen. Aber der Tentakelarm, der ist normalerweise, ist der normalerweise auch da? Vielleicht müssen wir ihn dafür besiegen. Das Schwert ist weg. Ich hab's genommen. Jetzt kann ich ja nicht lesen, was es ist, wenn du es hast. Äh, Schneiderlein. Ja, ich wollte mir halt auch die Effekte durchlesen. Vernunftbegabtes Schwertkämpferschwert kann kämpfen, ohne dass es jemand schwingt. Physisch mittel, extra sky. Achso, da ist gemeint, dass es ein Stichschwert ist. Das ist viel einfacher so. Könnte man sogar ohne Invitation hier durchkommen. Einfach nur teleporten. Können wir dich bitte auslassen? Ja, können wir dich bitte auslassen? Du bist so schlimm. Oh nein! Oh. Okay, pass auf, dass er dich damit nicht erwischt. Ah, irgendwie ist es bei mir weggegangen. Sonst machen wir auch kein Schicksal. Oh, lol, ich hab das Falsche gemacht. Das ist ja so ein Spikeball. Oh, das hat wehgetan. Also ihn. Das wäre ja blöd, wenn es mir weh tut, ne? Ja, wäre es wirklich. Er folgt gerade dir, das heißt, ich kann voll drauf halten. Das ist schön. Pass auf, der könnte auf dich fallen. Ja, WTF. Ist der nicht geflogen, normalerweise? Äh, doch, der ist gejumpt. Ja, es ist ja, bei mir sah es aus, als... Also er hatte keine Animation. Wollte ich nur dann... Ach so, okay. Ich glaube, ich bringe ihn jetzt hin. Oder auch nicht. So. Er ist gepellert. Er dauert nicht wieder so einer von den Viechern. Also, wo müssen wir jetzt hin? Auf die Seite? Ja, ich würde sagen, wir machen. Na, 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 na. Ist du der, der stachlich ist? Pass auf, dass du mich nicht berührst. Oh mein Gott, das ist nichts. Ich glaube, dass dein Stein wirklich nicht... Das ist der Raum, der nun endlich geht. Okay, lauf. Ich brauch noch Kills. Scheiß drauf, machen wir später. Na, einer mehr oder weniger. Ich brauch Speed. Einfach durchteleportieren. Scheiße. Hab ich, ähm, vergeigt mit dem Teleport. Oder ich hab mich verzaubert. Keine Ahnung, was ich getan habe. Nicht das, was ich wollte. Auf jeden Fall ist dein Schild etwas runtergegangen. Obwohl, nee, du hast ja gerade ein Feuerschild. Da haben andere Schilds. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Ja, irgendwas vergeigt. Okay, jetzt sind die Spinger weg. Also man muss den einen da nicht töten. Dann machen wir jetzt noch den oben links. Und dann sollten wir durchkommen. Und dann hoffentlich kommen wir mit dem Partypupor... Ja, hoffentlich funktioniert das, ohne dass wir dabei draufgehen. Davor sollten wir wahrscheinlich so ein Eisschild casten, um sicher zu gehen, dass wir nicht dabei sterben. Die Gute, dass wir mit der Mast-Taste können wir dafür sorgen, dass wir wieder oben sind, falls wir mal runterfallen. Ja, man muss doch nur schnell genug drücken. Das hat sich hier verdammt oft passieren. Toxin, liebes Toxin. Ich prob mich gleich da drauf. Kann ich gar nicht falsch sein. Warum muss man eigentlich das hier... Achso, dann bewegt das sich in die richtige Position. Aha. Das hier müssen wir auch. Das Gilt hat eine weite Range. Der Rhythmus war falsch. Wir hätten es gar nicht früher geschafft. Naja, es hat eine weite Range, habe ich ja gesagt. So. Damit das nicht im Weg steht. Steht das nicht im Weg? Ah, nein, tut's nicht. Nein, passt. Wir mussten einen richtigen Moment treffen. Ah, perfekt. Yes. Das ging ja halt schnell. Bin ich ja froh. Wir müssen halt nur da durchkommen. Schieß rein. Perfekt. Ich mach ihn an. Sofalls teleportierst du dich drauf, wenn du es nicht schaffst. Okay, passt. Sollten eigentlich alle runterfallen oder so. Wir wollen leben bleiben. Oh, hast du in die falsche Richtung geschaut. Ich, äh, 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 ja, ich, äh, ich, äh, ich, äh, nein, 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 nein Na, ja verarsch mich Ja verarsch mich doch Du hättest statt zu gehen Teleport machen sollen Ja, hab ich ja dann Ja, aber du hättest das instant machen sollen, so wie ich Ich riskiere das gar nicht, erst da drauf zu laufen Weil das sowieso so endet Das ist so bescheuert Sehr schön, das sollte jetzt reichen, um ihn umzubringen Pass auf, der will auf dich springen Oh Gott, ich hab gerade den zweiten Zauber noch drin gehabt Zunehmendem, was er von oben runterfallen lässt Ja, genau dem hier Gut, dass der auf mich geschossen hat Er durfte ich geballern, dann wärst du tot gewesen Oh Die hab ich gerade nicht gesehen Ja Achso, du konntest nicht ausweichen Ja, ich bin in deine Mine gegangen, weil ich sie nicht gesehen hab Ja, aber das hindert dich doch nicht daran Ja, aber die haben mich abgekühlt, da war ich geeist Weißt du, wie schnell man sich bewegt, wenn man geeist ist? Das ist ja Eis-Mine Nein Hi Portale Glaubst du, Portale bleiben über andere Räume hinweg da? Das müsstest du Ja, dann probier ich Boah, what the fuck Dann probier ich mal Cool Ich weiß nicht, wo ich bin Ja, warum läufst du denn auch weiter, wenn ich was probieren will? Da bist du Du bist nass, nur so zu Könntest du wieder zurückkommen? Nein, ich bin nicht nass, ich hab so ein Ding um mich rumfliegen Ich will testen, ob ich hier oben mein Portal platzieren kann Pass auf, ich kann da nicht lang gehen Äh, okay, dann Sag's dir Wenn das Portal raumübergreifend da bleibt Dann können wir das ja nutzen Dass wir quasi schnell nach da oben kommen, ohne den Bosskampf zu triggern Ich will jedes Erdenkliche versuchen, um dem zu umgehen Ich weiß ja, wenn du das nächste Mal ein Portal castest, wird es Du kannst schon reingehen Achso, ich dachte, du willst das Blaue hier setzen Man, das wollte ich dann danach setzen, wenn wir wieder durchführen Ah, okay Oh mein Gott, Erza, help mir Ist auch so unbedingt nötig Hab ich Warum hab ich mich What the fuck, so viele Gaker 1000 Kills Achievement Ja, irgendwann kommt er wieder Ja, er wird den Speedrun geschafft haben Also den Es ist indirekt ja auch ein Speedrun Dann so Also, äh Ich sehe die Combo nicht, weil es jetzt gerade unter mir nicht steht Äh Q, F, A, E Äh Bitte sei blau, bitte sei Blau ist es, aber es funktioniert nicht Glaubst du? Ah ne, glaubst du mal, könnte sich irgendwie da Ja genau, weißt du, so So Aber dann landen wir nur drin Bisschen doof Und das Portal kriege ich wahrscheinlich auch nicht hin, dass das da oben spawnt Gibt dein Bestes Leider nicht Nein Geht nicht Und nach da hinten Kommt man auch nicht Das wäre gut hin zu skimmen, weil der Gegner halt nicht gerade schwach ist Die Kamera scrollt nicht weg, weil der Gegner da oben das hindert und ein bisschen bescheuert Ja, sehr bescheuert Ja, wenn ich von hier aus mich selbst nach hoch teleportieren könnte, aber das ist viel zu weit Ja, verarsch doch, bin anders Du läufst genau, du läufst genau dahin, wo er runterspringt Oh mein Gott Also bei mir spawnen dann nix Lange Larm ist Aber gut Ich kühle ihn ab und du haust ihm dann eine rein Schon wieder Bomben ohne Okay Nein Ich hatte gerade das andere gecastet Und ja Dann habe ich es nicht schnell genug hinbekommen Das Schild in dem ich rein zu kasten Hast du dich zerplatzt? Nein, ich nicht Der hat einen Schuss gemacht Hast du den nicht gesehen? Der fliegt doch immer von außerhalb der Map rein Du bist gerade in deine eigenen Bomben gegangen Läuft bei dir Oh nein Um dich rum Schild? Lol Ich bin nicht weit genug weggekommen, weil das Schild vor mir stand Ja gut Aber du lebst doch noch Du hast nur ein anderes Design Und du singst So kann man es auch sehen Aber ich glaube es zählt das Spiel nicht Ich habe zumindest so eine Vermutung, dass das Spiel das nicht zählt Hat es funktioniert Achtung, ich schilde uns Ich habe auch geschildert Hättest, äh, naja, noch früher sagen müssen Ja, meins war zuerst da Mehr kann ich nicht tun Jetzt ganz vorsichtig Ich weiß nicht, warum die Kamera gerade so scheiße ist Aber ich mache es einfach mal so Das ist ein Problem Äh, Kamera Ich würde gerne nach da oben gucken Spiel, was ist los bei dir? Äh, stell dich mit mir hier an den Rand Und wir porten uns beide gleichzeitig runter Ansonsten halt ist es vom Scrolling her für den Arsch Drei, zwei, eins Okay Verarsch mich Du hast eins gesagt, da warst du schon unten Ja, tut mir leid, dass wir Verzögerung haben Sag mal, gehst du weg? Nahkampf an Ah ne, eigentlich einfach nur gegenlaufen Nein, du bist vergiftet Pass auf dein Leben auf Ah, ich muss erstmal meinen Steinschild wieder wegmachen Die Kamera hängt immer noch an dem Wie sollen wir den denn mit nach oben nehmen? Ach, einfach gegenlaufen Er teleportiert sich woanders hin Und dann nochmal gegenlaufen Ja, er wird nie dorthin, wo wir hinwollen Eigentlich sollte die Kamera gar nicht mehr auf den fokussieren Ah, mal schauen, ob es von hier ausgeht Ach, bist doch ein Hurensohn Wie genau hat man es hinbekommen, dass man den Schaden macht? Ja, okay Wir schießen jetzt aber permanent drauf Ja gut, dann laufst du halt hin Du machst dir mit den meisten Sachen keinen Schaden Deswegen solltest du das gar nicht versuchen Stell jetzt auf ihn hin Was ist denn mit meinem scheiß Leben? Heil dich Du bist in meinen Schuss gelaufen Ich schieße einfach die ganze Zeit drauf Du steckst dann dran Okay Ich lauere halt ein bisschen, aber Ja, du kannst es mitschießen, wenn du es richtig hinstellst Oder prallen die Pfeile ab Es sieht visuell so aus, wenn sie abprallen Er kassiert Damage Es steht ja 25 dort Hä? Äh Äh Das muss ich mir jetzt im Video anschauen Das frage ich mich auch gerade Wie du es jetzt gemacht hast, hast du mich getroffen Also so wie du schießt Ich hab dich nicht getroffen Also Jeder Pfeil ist davor gegangen Ich hab's doch gesehen Ja, aber Wie zur Hölle Hab ich mich wieder schon umgebracht Ich hab nur Pfeile geschossen Wie soll denn das gehen? Ich hab's doch gesehen